Moinsen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, der ja die letzten Monate relativ sträflich von mir vernachlässigt wurde. Das hatte den Hintergrund, dass ich hier in Kiel den Hardware Freedom Day besucht hatte und das zum Anlass genommen hatte, auch mal meinen Videoschnitt auf Linux umzustellen. Das Unterfangen ist dann aber leider gründlich schiefgegangen. Ich habe es mit diversen Lösungen unter Linux versucht, Videoschnitt ordentlich zu machen. Aber meine Anforderungen von drei 4K-Kameras, die im Multicamp-Schnitt parallel bearbeitet werden sollen, plus dann noch das Ganze rausrendern in guter Qualität, wurde leider nicht erfüllt. Es war entweder instabil, absolut ruckelig oder die ausgegebenen Videos, wenn man das Multiprocessing bei KDN Live zum Beispiel aktiviert hat, waren einfach Murks. Also es war halt irgendein Bildmatsch, aber kein Video, was dabei rauskam. Tja, und so hatte ich dann alle drei Videos schon fertig geschnitten in KDN Live, aber bekamen sie nicht richtig rausgerendert. Und deswegen werden die Videos jetzt nochmal geschnitten. Ich nehme dieses Intro noch zu den Videos auf, weil der Hardware Freedom Day ist jetzt schon ein paar Monate her und ich bin ziemlich spät dran. Tja, unter Windows, wisst ihr vielleicht, habe ich bisher mit Premiere Elements gearbeitet. Da hat sich jetzt dann erstmal versucht, Pinnacle Studio zu beweisen, was nur abgestürzt ist. Und mittlerweile werde ich anscheinend ein bisschen befreundet mit Magix. Zumindest sind die Anlaufschwierigkeiten, die ich mit Magix hatte, Magix hatte jetzt die geringsten, die ich in letzter Zeit mit Videoschnitt hatte. Und naja, nach einigen Monaten der Abstinenz und der, ja, ein einziges Video kam raus, CT Desinfect, aber das war es dann auch schon, soll es jetzt hier auf dem Kanal auch wieder weitergehen. Das ist aber nicht Thema. Beim Hardware Freedom Day hier in Kiel gab es drei Vorträge. Einmal einen Vortrag x86 Tablets und Linux. Ein Vortrag zu Arduino. Das ist so ein kleiner Minicomputer, beziehungsweise eigentlich eher so ein Board zum Robotersteuern und Schaltungssteuern und solchen Sachen. Aber das werden wir dann in dem Video nochmal besprechen. Und es gab noch einen dritten Vortrag von mir. Murks in der Hand statt Freude im Gerät, wo es so ein bisschen um Crippleware und kaputt designte Hardware geht. Das erste Video jetzt hier soll sich aber beschäftigen mit x86 Tablets und wie man darauf Linux installieren kann. Die Frage ist gewesen, häufig so in Kommentaren, was ist denn jetzt die billigste Lösung? Ist der Raspberry Pi eigentlich noch state of the art? Und der Raspberry Pi, ich habe hier die Version 2, der ist zwar relativ günstig, mittlerweile ist ja die Version 3 schon draußen. Kostet so 40 Euro, wenn man es kauft. Aber wenn man ein Raspberry Pi in Betrieb nehmen möchte, braucht man dazu noch eine Speicherkarte. Man braucht vielleicht, wenn man es nicht einfach einfach rumliegen haben möchte, ein Gehäuse. Man braucht beim Raspberry Pi, ist es dringend empfehlenswert, einen Kühler. Beziehungsweise zwei Kühler in dem Fall. Ihr müsst noch ein Netzteil kaufen, wenn ihr nicht schon ein Netzteil rumzufliegen habt. Und ein Kabel, was den Raspberry Pi mit eurem Computermonitor oder eurem Fernseher verbindet. Falls ihr nicht da auch schon eins rumzulegen habt. Summa summarum ist es aber so, wenn man sich so ein Raspberry Pi als Computer einrichten möchte, ist man so mit 65 Euro etwa dabei. Ich habe mal so bei Amazon geschaut, da gibt es auch so eine Sets, die kosten dann auch 65 Euro. Und damit hat man dann einen vollwertigen PC. Aber es ist halt ARM-Architektur, es ist relativ langsam und es ist ein bisschen limitiert. Und ihr habt noch kein Display. Und was mir erst so nach diesem Vortrag so richtig klar wurde von Hauke auf dem Hardware Freedom Day ist, dass man ja so ein x86-Tablet und das Tablet, was er da vorstellen wird, das Trackstore Surftab Windtron 7.0. Suche ich euch auch mal raus. Dieses Tablet auf jeden Fall kostet zur Zeit so um die 55 Euro. Man bekommt für die 55 Euro nicht viel an Hardware. Also ein Gigabyte Arbeitsspeicher, wie auch beim Raspberry Pi. 16 GB eMMC-Speicher ist drauf, es ist ein Display eingebaut. Und man kann dann über USB, Tastatur, Maus und so anschließen. Die Frage ist jetzt aber, wie bekommt man Linux auf dieses Tablet drauf? Weil vorinstalliert ist ein Windows 10. Das Windows 10 füllt den Speicher, diese 16 Gigabyte, aber so weit aus, dass man nicht mal das aktuelle Windows-Update machen kann. Windows hat ja hin und wieder mal so ein größeres Update. Jetzt zum Beispiel steht das Anniversary-Update bevor. Am 2. August soll es kommen. Und es gab aber schon mal letztes Jahr ein Update, ein größeres. Und da wird halt so eine halbe Neuinstallation von Windows vorgenommen. Und dafür reicht der Speicher von diesem Tablet schon nicht aus. Das heißt, so wie es verkauft wird, ist es eigentlich eher murks. Aber mit Linux kann man es ziemlich gut nutzen, weil es gibt ja unter Linux auch Oberflächen, die nicht ganz so hardwareintensiv sind. Zum Beispiel den Mate-Desktop. Und anhand von Mate-Desktop hat Hauke das Ganze auch vorgestellt. Und ich mache jetzt nur so ein bisschen längeres Vorgeplänkel, weil der Vortrag ist halt vor drei Monaten aufgezeichnet. Und da hat sich zwischenzeitlich ein bisschen was getan. Einerseits könnt ihr natürlich die Anleitung von Hauke nachvollziehen. Die verlinkt ich auch unten in der Videobeschreibung entsprechend. Da hat Hauke einmal erklärt, wie man ein Ubuntu-Image so anpassen kann, dass es sich auf diesem Tablet installieren lässt. Denn das Tablet ist zwar mit einem 64-Bit-Prozessor ausgestattet, der, ich meine, Baytrail-Generation von Intel, das ist so ein System-on-a-Chip-Atom-Prozessor. Und dieser Prozessor hat aber das Problem, bzw. das UEFI-BIOS, was auf diesem Tablet ist, hat das Problem, dass es nur 32-Bit ist, der Prozessor aber 64-Bit. Und wenn ihr ein normales Ubuntu-Image nehmt, dann crasht der Installer am Ende, weil er halt einfach kein Loder für dieses 32-Bit UEFI-BIOS hat. Das ist jetzt so ein bisschen grob ausgedrückt, aber das ist in etwa das Problem. Das heißt, man kann es zwar starten, zum Beispiel von einem USB-Stick, aber beim Installieren ist halt dieses Problem mit diesem Bootmanager vorhanden. Da hat Hauke erklärt, wie man ein aktuelles Image anpassen kann. Und Hauke hat euch auch das Image, was er als Grundlage für seine Präsentation genommen hat, zum Download zur Verfügung gestellt. Den Link packe ich auch entsprechend in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dieses Image dann einfach runterladen. Zwischenzeitlich hat sich aber was getan. Es gibt eine Linux-Distribution, die nennt sich Linuxium. Das ist im Prinzip keine richtige Distribution. Die passen nur Ubuntu so an, dass es funktioniert. Und Linuxium hat den großen Vorteil, dass die eigentlich zwar gedacht sind für diese Intel-Compute-Sticks, aber der System-on-a-Chip, der in diesen Intel-Compute-Sticks verwendet wird, ist der gleiche wie in dem Tablet. Das heißt, ihr könnt diese Distribution für eure Tablets benutzen. Und die gibt es nicht nur mit Ubuntu 15.10, was Hauke euch angepasst hat, sondern es gibt das Ganze auch mit dem aktuellen Ubuntu 16.04. Und die Linuxium-Leute haben sogar eine kleine Anleitung vorbereitet, wie man den Kernel entsprechend abgeräten kann, also den Linux-Kernel, dass die Hardware-Unterstützung besser wird, weil der Kernel, der bei Ubuntu 16.04 dabei ist, ist schon nicht mehr der aktuellste. Ich glaube, aktuell wird von Linuxium angeboten, dass man den Kernel 4.6 integrieren kann. Und ich meine, 4.4 ist bei dem aktuellen Ubuntu mit dabei. Das nur so als Vorgeschichte. Das heißt, schaut euch mal die Anleitung von Hauke an zum Anpassen von einem ISO-Image, ladet euch das ISO-Image von Hauke herunter oder aber nimmt das Linux-Image von Linuxium. Und wenn ihr das von Linuxium nehmt, beziehungsweise von Hauke, müsst ihr auch noch unter Umständen einen Treiber nachladen für den Touchscreen im Tablet. Den habe ich euch aber auch verlinkt. Den gibt es auf GitHub zum Download. Auch das ist kein Problem. Wenn man das alles weiß, kann man dieses Windows-Tablet wunderbar zum Linux-Tablet machen und damit viel Freude haben. Das war jetzt relativ viel vorgeplänkelt, aber ich dachte, das ist eine relativ gute Einleitung zu dem Vortrag von Hauke. Denn Hauke zeigt euch sehr praxisnah, was man mit diesem Tablet machen kann, was man erwarten kann, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Hauke. Sage auf bald und freut euch auf die nächsten beiden Videos, die vom Hardware-Freedom-Day hier aus Kiel noch kommen werden. Also herzlich willkommen zum Hardware-Freedom-Day 2016. Die Frage ist, wie weltweit er jetzt dieses Jahr ist. Es gab so ein paar Unstimmigkeiten wegen des Termins, aber wir haben den heute einfach mal so beschlossen, dass er jedenfalls bei uns weltweit ist. Also weltweites Publikum haben wir natürlich dabei. Und ich erzähle jetzt ein bisschen über meine Erfahrung, wie man Linux auf einem x86-Tablet installiert, welche Probleme es dabei gibt, aber was eben auch funktioniert. Erstmal ein bisschen zu dieser Hardware, die ich da gekauft habe. Das ist billig-Tablet, kostet 50 Euro bei einem Elektronik-Versender. Und die Hardware, die da selbst drin verbaut ist, hat vier Kerne schon mal, ist nicht schlecht, denn so ein Atomprozessor ist drin, hat ein Gigabyte RAM, internen 16 Gigabyte Flash-Speicher, eine 3D-beschleunigte Grafikkarte und ein wunderbar spiegelndes Display mit 1024 x 600 Pixeln und eben so ein Multi-Touch-Dings. Was braucht man jetzt dafür, wenn man jetzt auf diesem Gerät, was wir gleich noch mal genauer sehen, Linux installieren will? Denn man braucht zum einen erstmal Maus und Tastatur. Bisschen untypisch für ein Tablet, aber zum Installieren braucht man es auf jeden Fall. Und ganz wichtig ist ein aktiver USB-Hub. Denn wenn ich keinen aktiven USB-Hub habe, stört es mir schon, das Gerät einfach raus, wegen akutem Strommangel. Dann brauche ich noch einen USB-Stick, wo ich die Installationsdateien draufschmeiße für die Linux-Distribution, die ich mir ausgewählt habe. Und praktisch ist es natürlich noch eine Micro-SD-Karte. Wenn ich jetzt auf dem Gerät irgendwelche Screenshots mache oder größere Dateien mal austauschen will, ist SD-Karte halt netter, als wenn ich das über WLAN mache. Also es ist nicht ganz trivial, es ist mehr so ein bisschen Spaß am Gerät, ein bisschen rumhacken, ob es funktioniert und wie weit es funktioniert. Es funktioniert letztendlich überwiegend. Ich habe nachher noch eine Liste, wie es geht. Also man nehme erst mal einen Linux-Installations-ISO. Ich habe jetzt einfach Ubuntu-Mate genommen. Wichtig ist, dass man die 64-Bit-Version davon nimmt. Sonst mag das Gerät das schon mal gar nicht. Aber man muss dieses 64-Bit-ISO etwas erweitern durch ein 32-Bit UEFI-Loader. Denn das BIOS, dieses UEFI-BIOS da drin, hat bloß 32-Bit. Tolle Kombination, aber soll bei diesen Geräten häufiger vorkommen. Also muss man das denn da noch mit dazu basteln, nachdem man mit UNED-Booten dieses ISO auf eine SD-Karte, äh, nein, nicht SD-Karte, sondern halt auf einen USB-Stick geschrieben hat. Dann klemmt man halt diesen USB-Stick da an dieses aktive Hub. Und dann, jetzt, tata, jetzt gibt es gleich ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Ich mache hier einmal kurz das an. Dann, so. Ja, also, was man denn da sieht, wenn man, ähm, äh, also das Gerät selbst hat, äh, drei wirkliche Tasten. Einmal für, äh, an und aus und laut und leise. Und wenn man jetzt, äh, Power drückt und leise, dann landet man in so einem BIOS. Dieses BIOS lässt sich wunderbar mit einer externen Maus bedienen. Das ist schon mal toll. Also, mit, ähm, obwohl ich glaube, an der Stelle kommt man noch mit, mit dem Touchdings weiter. Aber, oder? Nein, gelogen. Also, es geht schon mal gar nicht. Also, es ist ein, ein Touchgerät, äh, dessen BIOS zwar existiert, man aber ohne externe Hardware überhaupt nicht benutzen kann. Also, man braucht an dieser Stelle schon mal eine Maus, um dieses SCU aufzurufen. Und das ist, ähm, ja, wie man sieht, ein alter Bekannter. Das ist jetzt, ähm, ja, früher hieß das Award oder so. Das waren noch diese, die, äh, die eben so aussahen. Ja, also, das, äh, da steht dann nochmal drin, ne, was es denn nun ist hier unter Main. Es hat eben so eine CPU, die so und so gut ist und bla, phase. Ähm, äh, äh, dann gibt es, äh, 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 unter Advanced kann man hier so Boot-Einstellungen machen. Ähm, man kann auch, äh, äh, Audio konfigurieren. Äh, die ist so ein bisschen, bisschen mistig dabei. Es gibt auch irgendwie LAN-Konfiguration. Ich wüsste nicht, wo dieses Gerät einen LAN-Control hat, aber es steht im BIOS mal so drin. Ähm, dann gibt es hier Security. Äh, praktisch bei diesem Gerät ist, äh, dass es kein Secure Boot hat. Also, es ist nicht da, es ist, es ist ja auch schon, ähm, also es hat auch dieses TPM irgendwie nicht, dass es irgendwie not detected, das ist schon mal gut, sonst müsste man das noch deaktivieren, dass man auch von fremden, äh, Betriebssystemherstellern überhaupt was da, ähm, ähm, starten dürfte. Also das Problem, äh, 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 gibt es sich gar nicht. So, ähm, dann gibt es eben hier Boot-Configuration, ähm, braucht man eigentlich nicht wirklich. Also es ist, ist wie, wie ein PC-BIOS, bloß eben auf diesem Dings, bloß, dass man es nicht benutzen kann, ohne externe Maustastatur. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, wahrscheinlich haben sie sich gehofft, naja, wer Maus und Tastatur anschließen kann, der ist dann so schlau, dass er nichts kaputt macht. Irgendwie so muss es gewesen sein. Ja, also es ist halt ein BIOS. faszinierend, nicht faszinierend. Also es ist letztendlich wie, wie ein normaler PC. So. So. Was sagen wir denn als nächstes? Ähm, Also nachdem man dieses ISO auf die, äh, auf dem USB-Stick geschrieben hat und, ähm, dieses, äh, EFI, äh, 32-Bit EFI mit dazu gepackt hat, bootet man's halt, äh, halt hoch. Also den ganz normalen Installer. Das läuft eigentlich auch alles so weit, wie, wie man's vom Rechner halt kennt. Das Problem ist, dass dieser, ähm, äh, Ubiquiti-Installer, den man von Ubuntu ja kennt, am Ende abstürzt, weil er mit diesem, äh, mit dem EFI-Modus nichts anfangen kann. Dann, äh, installiert man Grub über so eine Zeichenkette einfach nochmal und dann ist alles gut. Man muss es bloß finden, es ist im Netz auch alles dokumentiert. Und, äh, diese Partitions, äh, dieses Partitionslayout, ähm, was da schon vorher drauf ist, das kann man an sich so lassen. Wichtig dabei ist, dass man diese Systempartition, also diese, diese EFI-Partition nicht löscht, nicht, nicht modifiziert, einfach so lässt. Dann gibt es, äh, eine fast 14 GB große Partition, die kann man neu formatieren und da das Betriebssystem draufschmeißen. Bisschen Swap ist auch noch gut, äh, dafür denn halt diese andere Partition, die auch schon da ist. Letztendlich habe ich bloß zwei Partitionen genommen und neu formatiert und gesagt, hier installiert das Betriebssystem und gut ist. Dann, äh, äh, was funktioniert an dem Ganzen, ist einmal, ähm, äh, also, der Rechner fährt ganz normal hoch, man hat aber als erstes kein Touchscreen, dafür muss man einen externen Treiber noch installieren und, äh, eine Firmware, die man aus, äh, einem Windows-Treiber extrahieren kann, der ist direkt auf, auf der Homepage halt angegeben, da gibt es so ein Perl-Skript und das extrahiert das da irgendwie draus. Das muss man da irgendwo reinbauen. Also, das ist auch alles dokumentiert, ich wollte das jetzt nicht vorkauen. ähm, ähm, und beim WLAN ist es halt auch so, da gibt es einen, einen Treiber, das ist, äh, so ein Real-Tech-WLAN-irgendwas, äh, das funktioniert auch. Dann gibt es direkt von Intel, äh, 3D-Treiber für dieses Gerät, kann ich ja gleich dann noch mal zeigen. Es ist irgendwie ganz nett, dass, dass das eben auch funktioniert auf diesem Gerät. Äh, was jetzt quasi noch in Arbeit ist, ist die Soundkarte, das funktioniert nicht, da beißen sich auch die Internet-Entwickler im Moment noch ein bisschen die Zähne dran aus, die haben es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Da sinnvolle Patches für zu bauen, die lehren sich zwar immer irgendwie an, jetzt geht mal ein bisschen was an der Funktion, aber, äh, woran es jetzt hundertprozentig liegt, keine Ahnung, ist noch nicht so raus, aber es ist in Arbeit. Energiesparfunktion, darum habe ich mich jetzt noch nicht gekümmert, äh, da gibt es wohl einen Kernel-Patch, denn das Problem bei dem Gerät, äh, ist, sobald er einmal in Standby-Modus geht, das gibt diese C-States, wo er dann runter taktet und dann, äh, irgendwann friert das System halt komplett ein. Also solange man ihn beschäftigt, ist alles gut, aber wenn er meint, naja, gut, jetzt ist nichts zu tun, ich takte jetzt mal runter, geh jetzt mal so ein bisschen aus, dann war es das komplett. Dann hilft eben los, ein Hard-Reset, also diese Power-Taste festhalten, wie man es halt kennt, fünf Sekunden festhalten oder da ist es ein bisschen mehr und dann wieder hochfahren und dann läuft das wieder. Also Bluetooth soll wohl funktionieren, hat mich nie interessiert, ich habe mir jetzt zwar einen Lautsprecher ausgeliehen, aber das ist auch alles und es gibt eine Kamera auf der vorderen Seite und eine auf der Rückseite, aber was ich davon gesehen habe, ist die Kamera sowieso so schlecht und das hat mich jetzt auch nicht interessiert. Ich will das Ding eigentlich bloß in die Küche nageln und dafür brauche ich keine Kamera. Ich habe die Kamera sogar abgeklebt, das soll gar nicht funktionieren. was ich verfolge ist unter dem Ubuntu-Forum, da gibt es über viele, viele Seiten Leute, die sich darüber unterhalten, wie sie ein ähnliches gerät, also von Asus gibt es eines, wo fast die identische Hardware drin ist und wo sie eben versuchen, das drauf zum Laufen zu kriegen, wo, ja also das auch dokumentiert, wie sich einer mit dem Kernel-Entwickler von Intel da unterhält und sowas alles. Das ist relativ interessant und das ist da, wo man dann auch mal gucken kann, aha, das und das funktioniert jetzt schon ein bisschen mehr und dann kann man mal dieses und jenes ausprobieren. Das ist ganz gut und als ich dieses Ubuntu-ISO mir da angepasst habe, habe ich das mal mit aufgeschrieben, wie man das so macht, dass man dieses ISO hinterher auch weitergibt, also so modifiziert und hinterher weitergeben kann. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich diese ganzen Treiber direkt eingebaut habe, so dass ich das nicht normalen muss, aber das ist eben auch noch nicht so hundertprozentig fertig, ist eben bloß so ein kleines Bastelprojekt, was ich mal so hin und wieder verfolge. Gut, dann zeige ich einfach noch mal ein bisschen direkt bei dem Gerät. So, und das ist eben jetzt dieser Grub-Bootloader. die Kernel, ja, was der Kernel halt ausgibt, wenn er hochfährt, das ist alles quasi genauso wie auf einem normalen PC, bis darauf, dass es ein bisschen kleiner ist und ein bisschen an Radware verbaut ist. was ich jetzt, also ich hatte vorher auch schon so eine Variante, dass ich kein Log-In-Screen mehr hatte, aber habe ich den wieder aktiviert, also brauche ich jetzt eine Tastatur, logge mich halt ein und kriege dann so ein Mate-Desktop, also der Mate-Desktop ist natürlich für so ein Tablet nicht unbedingt das Optimale, wenn ich, ich kann hier auch mit den Fingern drauf rum, da sind diese Touch-Treibe halt drin, aber die Icons sind eigentlich viel zu klein dafür, also zu treffen, dieses Symbol, um Fenster zu schließen, das ist wirklich, wirklich viel zu klein oder ich habe zu große Finger. Da kann man ja den Stylus von der Jahrtausendbände wieder weiterverwenden, diese kleinen Plastikspitschreiber. So ein Ding habe ich mir auch gekauft, aber ich habe es noch nicht so 100%ig kalibriert gekriegt, also man muss dieses, den Touch-Bildschirm muss man auch noch kalibrieren, sodass es Freifunk ist auch schon online. Freifunk funktioniert, so und was ist denn Login hier? Ich fühle mich nicht Login. So, ja, ich habe nochmal ausprobiert, was das Ding halt kann, also Mega Glastis so ein 3D-Echtzeit- Strategiespiel und dieses Intro mit dem mit dem ganzen Regen, ich weiß nicht, wie gut man das da jetzt sieht, aber das läuft schon mal fließend. Ich habe das schon bei größeren Rechtern schlechter gesehen und mal gucken, also es funktioniert eben auf dem Gerät, also der allerschlechteste Grafik-Chip ist da nun nicht drin, aber es wird nachher auch leicht warm, wenn man es ein bisschen länger laufen lässt und da ich jetzt hier mal so eine Tastatur angeschlossen habe, läuft das Ganze eben auf Akku und naja, das saugt den Akku eben auch leer. Ja, ohne. Also es ruckelt jetzt nicht wirklich richtig böse oder so, ich kann auch hier mal rangehen und sonst was. Also das klappt schon ganz gut, also das haben die von Intel gut gemacht, diese Treiber, die es dafür gibt, die sind auch eben frei, da gibt es ein ja ein PPA für, dass man die halt eben auch über den Paketmanager installieren kann. Also das funktioniert gut, kann natürlich auch ja sowas wie LibreOffice, das geht auch, die SD-Karte oder diese keine Ahnung was, also dieser SSD-Chip, der da eingebaut ist, der ist auch relativ zügig, also von der Magnetplatte startet LibreOffice jetzt auch nicht schneller. Also das geht und wenn es gestartet ist, kann man es auch benutzen, also es ist ja nicht so, dass man, gut, wenn man jetzt irgendwo hinkommt und kommen auch Dinge, weil man das jetzt wirklich über Touch machen würde, habe ich mal ausprobiert, etwas ist für ich mache das, also ich öffne das jetzt mit dem Finger, sieht man ja, also es gibt halt so ein Virtual Keyboard, kann ich denn eben Buchstaben tippen, aber es ist, also schwierig wird es jetzt hier mit diesen Icons, ich müsste es jetzt sehr klein machen. Hast du das mal mit Ubuntu direkt ausprobiert? Die haben auch mit diesem Konvergenzmodus wohl auch die Möglichkeit irgendwie auf Tablets halbwegs brauchbare Dinge damit abzuzeigen, oder? Also ich habe versucht Unity nachzuinstallieren, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also was ich nochmal ausprobieren wollte, ist dieses, dieser Desktop von Elementary OS, der hat wohl auch so eine Ansicht, so dass man ja so ein Raster hat, wo denn diese, die Anwendungen halt drinstehen, so dass man die auch irgendwie umgruppieren kann, so wie man es quasi von Android kennt. Also sowas ähnliches, das wollte ich nochmal ausprobieren, aber habe ich eben noch nicht wirklich gemacht. Also es ist im Moment einfach bloß mal ausprobieren, was geht davon und bevor die da dieses Soundproblem nicht wirklich gelöst haben, ist meine Motivation jetzt auch gar nicht mehr so groß, da was zu machen, das bleibt dann einfach erstmal liegen. Was hast du für eine Ubuntu-Version genommen? Das ist jetzt 1510, also diese Wegwerf-Version. Also vielleicht das 1604, wenn das jetzt rauskommt, vielleicht ist das schon wieder ein Tick besser. Ich würde das irgendwann mal ausprobieren, aber der Kernel da drin wird auch die Soundkarte nicht unterstützt. Das ist schon klar. Also Handarbeit ist da immer noch bei. Was ist die Anwendung für das Tablet? Also ich könnte mir das gut vorstellen für 50 Euro, dass man da irgendwie im Webbrowser, im Fullscreen-Modus seine H&M-Steuerung drauflaufen lässt und das dann an die Wand nagelt und dann da benutzt. Ich meine 50 Euro ist ja auch nicht wirklich mehr als ein Raspi. Genau, richtig. Und dafür kriegst du kein Display. Okay, das ist schon mal mit drin. Gut, du hast dann keinen Ton, aber brauchst du denn dafür unbedingt Ton? Vielleicht auch nicht unbedingt. Wäre schön, wenn es geht. Also mein Hintergedanke war dabei, ich schraube das Ding in der Küche einfach dran und wenn es in die Suppe fällt, na gut, dann sind halt 50 Euro weg, aber nicht gleich 250 und damit ist dann die Mission von dem Ding auch erfüllt. Also ich habe auch keine großen Erwartungen dann gehabt. Das war, na gut, kostet 50 Euro, kannst dich viel bei verlieren, probier es mal aus. Vielleicht ist es ein spaßiges Projekt. Naja, du könntest dann mal hin noch einen Stream auf das Internetradio nebenan machen. Genau, als Ton hätte ich ja. Ach so, umgekehrt. Ach so, gut, ja okay, ich kann natürlich auch über Bluetooth da Boxen dranklemmen, könnte ich auch. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten dabei, das dann doch noch irgendwie zu machen. Aber, ja, genau. Ja, also sonst so wirklich tolle Sachen. Es ist halt ein Ubuntu, wie man es halt so kennt, bloß eben jetzt im Mini-Format. Ja, noch irgendwelche Fragen dazu? Die KDE-Leute haben doch auch so eine Tablet-Umgebung mal irgendwie angefangen. Läuft das vielleicht? Bei KDE 4 ist ja glaube ich fertig, bei KDE 5 ist die eher so in den Kinderschuhen, ne? Ich bin mir nicht sicher, es gibt ja irgendwie dieses Nextbook-Remix oder so irgendwas davon. Ja, das war glaube ich bei KDE 4 damals der Name, aber bei KDE 5 bauen sie jetzt auch sowas nach wieder. Okay, also ich habe es immer wirklich ausprobiert und das könnte man sonst mal testen, das wäre ja mal interessant dann. Aber KDE ist auch wieder ganz schön gewichtig, ne? Genau. Also von daher habe ich eben auch Mate genommen, damit es dann nicht gleich den ganzen Rahmen aufrisst. Ja, kann man ja alles ausprobieren, ne? Das ist eine Frage der Zeit, warum nicht? Gut. Ansonsten wäre das erstmal so weit, wie ich da vorgedrungen bin und in diesem Forum wird sich da ja wohl irgendwas noch mal tun. Ja, gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus .